Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 7.3.2024 und unser DAX steht hier am Gleis und ja, wartet, dass er mal zur Party aufrichten kann, Baumfallfällen ist ja offenbar ausgefallen, aber der Zug zur Bullenparty scheint auch zu fehlen, wahrscheinlich streikbedingt in Deutschland, nun haben wir uns an der oberen Flaggenkantel den ganzen Tag eigentlich nur festgehalten, also das ist wirklich träge gewesen ohne Ende, wie Sau, hochgekommen per Aufwärtsgap, Aufwärtsgap sogar offen gelassen, gehalten, das ist an sich eine gute Voraussetzung, um aus der Flagge rauszukommen, den ganzen Tag hier zur Seite geheiert und wir hatten gestern gesagt, wichtig wird 750 oben drüber oder 600 unten drunter, um hier unten, war es wichtig, um den nächsten Raum aufzureißen, hin zur 4.60 und tiefer, oben war es wichtig, um aus der Flagge rauszukommen und wieder in die Trendfortsetzung reinzugehen. Die Aufgabe bekommt nun der Donnerstag, ja, da könnte man schon sagen, Stundenschluss über 750 würde quasi schon reichen, um hier Übertreibungsmöglichkeiten nach oben hin zu öffnen, muss man ja schon fast betonen, so träge und ruhig, wie das war, aber oberhalb von 7.50 hat unser DAX das Zeug 838 bis auch 880, wenn nicht gar sogar 980 zu erreichen, 980 fände ich da ein bisschen unverhältnismäßig für den Donnerstag, wenn er Donnerstag spielt, oben, wenn er dann voll ausspielt, könnte ich mir vorstellen, 880, vielleicht sogar 850, 880 irgendwie so in den Dreh und dann Freitag rein in die 980, ich glaube, das wäre ein bisschen zu sportlich geplant, wenn er da jetzt durchmacht. Unten bleibt aber trotzdem alles bleibt. Also wir haben jetzt noch einmal Support, hier Gap-Plus-Niveau im Bereich um 75, 675, ja. Da kurz runter, wieder hochdrehen, das wäre noch okay. Tiefer, tiefer auch als 630, tiefer als 630 fände ich eher kritisch, unter 630 würde ich dann damit rechnen, dass unser DAX hier Richtung 560 und dann deutlich tiefer auch weiter ab- oder durchgereicht wird. Und das kann im Zweifel dann sogar schon bis zur 460 führen. Damit ist das alles unverändert. Das Einzige, was jetzt hier erwähnenswert ist, ist, wir hatten ja jetzt die ganze Woche eigentlich immer so ein bisschen hier Baum fällt und Vorsicht, unten raus, Gefahr. Ein bisschen nimmt das aktuell den Druck da raus, weil Abwärtsbewegungen durch eines immer wieder bestechen und das ist Zugkraft nach unten. Ja, und die ist definitiv nicht weg, der ist komplett wieder ruhig, stabil wirkt da. Und wenn er das beibehält, bekommt er eher die Option, oben mal wieder ein bisschen, ich sag mal, für Überraschung zu sorgen, als dass er jetzt weiter fällt. Ja, weil er zu ruhig ist. Kommt er natürlich zum Donnersag jetzt mit richtig Stress rein und haut sich da unter eine 630, dann kann er ja auch weit fallen, aber er muss es halt liefern. Und man geht beim Träten eigentlich immer so ran, dass man nicht unbedingt mit einem Umbruch rechnet, weil die Fortsetzung von dem, was man gerade sieht, viel häufiger eintritt, als dass der Markt jetzt plötzlich was komplett anderes macht. Ja, und von daher würde man rein nach Wahrscheinlichkeitstheorie hier jetzt eher damit rechnen, dass der so ruhig bleibt. Und wenn bleibt er so ruhig, dann trage ich es ihn um raus. Kommt er nicht drum rum. Ja, und daher würde ich das jetzt hier dann auch schon beenden. Brauchen wir nicht mehr drüber reden, als nötig ist. Ist ja ein relativ ruhiger Markt. Brauchen wir auch nicht totquasseln und würde daher die Analyse zumachen. Wünsche euch viel Erfolg. Gutes Gelingen am Donnerstag und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.